Musik Das Thema die Fahrtechnik-Wissenschaft. Ich setze das mal in Anführungszeichen die Fahrtechnik-Wissenschaft. Natürlich vieles, was wir als Fahrtechnik-Trainer machen, als Trainer, als Coaches, machen auch andere Trainer und Coaches, hat wissenschaftlichen Hintergrund in den verschiedenen Bereichen, Biomechanik, Physiologie, aber auch Psychologie, Mentalis und Neurobiologie. Es gibt tausend Themen, wo mega viel hilfreicher Input zu finden ist in der wissenschaftlichen Literatur oder auch schon etwas verdaulicher von anderen Ausbildern zusammengefasst oder aufbereitet. Fahrtechnik-Wissenschaft, was ich damit jetzt sagen will, wenn die Fahrtechnik-Trainer bei der Erstellung ihrer Konzepte, auch die Ausbilder, eigene Sachen erfunden haben. Ich werde ein paar Beispiele nennen. In dem Lehrkonzept, und wenn man mal genau beachtet, wenn man selber natural ist, natural habe ich schon in anderen Lektionen erklärt, was ich damit meine, also jemand, der intuitiv, ohne Kurs, ohne Anleitung, als Jugendlicher, als Kind, ich kenne aber auch mehrere Erwachsene, die im Erwachsenenalter einfach ein Rad hatten und dann immer besser wurden, viel gefahren sind und intuitiv die Fahrtechnik gut gelernt haben, sauber gelernt haben. Wenn man so ist und wenn man Profifahrer beobachtet, die auch alles natural sind, dann wird man sehen, da gibt es manche Dinge, die kommen nur aus der Fahrtechnik-Wissenschaft. Das macht kein normaler Fahrer, kein natürlich angelernter Fahrer. Und deswegen kann man das auch wirklich selbstbewusst kritisch hinterfragen, was da teilweise gelehrt wird und worauf viele Leute dann über Videos, über Lehrgänge, Ausbildung und dann in Kursen geprägt werden. Es gibt jetzt echt unzählige Beispiele eigentlich schon, aber ich sage mal so ein paar Hauptbeispiele, die mir in den ganzen Jahren aufgefallen sind, von denen ich aber auch viele mitgemacht habe. Weil ich kam auch als Naturals dazu, hat so ein bisschen Basics, so kann man Kurse geben, war auch am Anfang mehr so der Fahrtechnik-Tippgeber und Fahrtechnik-Erklärer, aber ich war noch kein richtiger Coach in den Anfangsjahren. Das kam dann erst mit Fortbildung, mit dem Ehrgeiz, mich da einmal weiterzuentwickeln. Da habe ich die Dinge auch unreflektiert übernommen und diese Fahrtechnik-Wissenschaftssachen, ja, weitergegeben. Auch mit großer Reichweite, zum Beispiel bei YouTube. Ein gutes Beispiel ist das Thema, ich habe es immer Cowboy genannt, die Ellenbogen raus. Ich bin immer noch nicht so, dass ich sage, okay, wie jemand, der sagt, Ellenbogen raus, das ist alles nur Bockmist und Schwachsinn und so. Aber es hat wieder was viel mit Prägung zu tun und viel mit Wortwahl zu tun. Und jetzt muss man sich angucken, wie fahren Profis, weil es hat mich schon immer gewundert, warum die meisten Profis nie so fahren. Warum machen denn Fahrt in die Trainer das? Und dann sagen sie, okay, ich mache das zur Demo, um was zu übertreiben. Gemeint ist ja, man soll nicht die Arme steif haben, man soll nicht hinten hängen, man soll die Arme beugen. Aber schaut doch mal genau, was passiert mit dem Schultergelenk, wenn man die Ellenbogen rausnimmt. Jetzt, wenn du vor dem Bildschirm sitzt, nimm doch mal einen Luftlenker und teste das mal. Spür mal in dein Schultergelenk rein. Dann wirst du merken, hier ist mehr Arbeit drin, das Gelenk geht mehr in Richtung Verriegelung. Und es fühlt sich relativ unnatürlich und anstrengend an, nicht ergonomisch. Zusammenspiel, Bike und Körper. Also, da ist ein großer Spielraum, selbst bei den Profis. Manche fahren halt wirklich quasi so mit den Armen und beugen die dann so. Manche fahren so ein bisschen so aggressiver von der Haltung. Und das Beispiel, was immer gesagt wird, so Bank drücken, wie würdest du beim Handel drücken, wie würdest du das machen? Kannst du so mehr Kraft ausbringen, als wenn du so bist? Da ist eine Range, wie du das machen willst. Aber die Fahrtechnikwissenschaft schreibt dir vor, halt deine Arme so. Mach die Ellenbogen raus, mach den Cowboy, die Blinker. Das musst du kritisch hinterfragen. Und dann wirst du merken, das ist einer der Beispiele, wo als erfunden wurde von der Fahrtechnikwissenschaft, was dann nachher bei den eigentlichen Fahrern, die es natürlich gelernt haben, so nicht zu beobachten ist. Ein Beispiel, was mich auch über ein paar Jahre total damals irgendwie beschäftigt hat, war das Thema Bunnyhop, Methodik, Hinführung mit einzelnen isolierten Übungen, fordert an Lupfen mit einer oben-hinten Bewegung mit sofortiger Beinstreckung. Das wurde zum Beispiel von der DIMP gelehrt. Das wurde von vielen übernommen, auch von mir. Und ich habe eine Zeit lang meine Bunnyhops voll schlecht hinbekommen, weil ich immer sofort die Beine gestreckt habe, weil das halt so in der Lehre gerade das Thema war. Und dabei, ja, ist natürlich klar, wenn du Bunnyhop machst und schaust, wie das jemand macht, der das so gelernt hat, oder guckst dir die biomechanischen Zusammenhänge an, dann wirst du sehen, eine sofortige Streckung der Beine ist suboptimal, weil du dann nicht mehr richtig abspringen kannst, weil die Beine schon durchgestreckt sind. Du machst beim Bunnyhop ja auch einen Sprung. Und da brauchst du auch noch Weg in den Beinen. Das habe ich auch schon unzählige Videos gemacht auf YouTube. Aber ich habe es selber eine Zeit lang so gelehrt. Und ich weiß, dass es heute immer noch verbreitet ist, auch von Magazinen reproduziert wird. Auch wieder ein typisches Beispiel, wo von der Fahrtechnikwissenschaft, was erfunden wurde in diesem Fall, in der isolierten Übung, Vorderanlupfung war der Gedanke, okay, wenn man nach oben hinten geht, hat man eine super Kraft in den Beinen, man muss nicht so weit nach hinten gehen, alles super. Aber dann wurde gar nicht beachtet, dass man da eine Sackkasse macht, für die Leute, die dann den Bunnyhop damit lernen wollen, dass da eine Zwischenbewegung einprogrammiert wird. Du musst ja dann bei der Wipfe nochmal tief gehen, schungeln und dann springen. Das geht beim Bunnyhop nicht. Typischer Fall Fahrtechnikwissenschaft. Und es hat lange gedauert, bis das mal irgendwie geändert wurde. Und ich weiß immer noch, dass sich das so ein bisschen selber weiterverbreitet. Hinterfragt die Dinge von der Fahrtechnikwissenschaft. Achtet auf korrekte Wissenschaft, zum Beispiel Biomechanik und so weiter. Aber seid auch wirklich da kritisch, hinterfragend und reflektierend. Und jetzt heute ein Mythos, den er gibt erst seit fünf Jahren oder so. Ich weiß gar nicht. Zumindest wird er seitdem erst so richtig gepusht. Was soll zerstört werden? Sorry, jetzt habe ich es fast vergessen. Und zwar geht es darum, die sogenannte Aktivierung. Das wurde vor, ich würde mal sagen, vielleicht sechs Jahren oder so von der größten Institution für das Mountainbike-Ausbilden wurde es reingebracht. Es gibt es auch so ein bisschen, auch schon bei anderen Bikeschulen gab es das auch schon. Aber da wurde es wirklich in die Breite der Fahrtechnik-Trainer hingebracht und auch Guides. Und da geht es darum, wenn man sich normal in der entspannten, aufrechten Haltung fährt und sich dann aktivieren will, ich werde das gleich auch direkt mal zeigen, dann ist es so gemeint gewesen, dass man erst mal die Beine gerader lassen soll. Also, natürlich nicht gerüchtig gestreckt, aber gerader lassen soll und erst mal stark den Oberkörper abkippen soll, die Ellenbogen weit dabei raus, Rücken soll gerade sein. Genau, und dann war damals immer so das Kredis, wenn man sagt, ja, das sorgt dafür, dass die Leute nicht sofort in eine krasse Hocke gehen und die Beine ermüden, aber sie sind schon reaktionsbereiter bei dem, was kommt. Und das hat man dann Aktivierung genannt, eine Zeit lang aktivierte Position einnehmen oder aktivierter Bereich wurde es dann genannt. Jetzt als erstes, wie bei den anderen Zerstörungsvideos, erstmal erklären, worum geht es denn, was sollen denn die Vorteile sein. Also, der Gedanke dahinter war folgender, wenn man ergonomisch entspannt aufrecht steht, aber es wird jetzt schon so ein bisschen schneller und ein bisschen holpriger, aber noch nicht steil und verblockt oder so, dass man, anstatt in eine tiefe Haltung zu gehen, dass man erstmal die Beine gerade lässt, nur die Hüfte abkippt und die Arme aktiviert und dann ist man mit Körperspannung aktiv und kann reagieren, ohne dass die Beine müde werden oder man vielleicht nach hinten kippt. Das war der Gedanke dahinter und auch die Vorteile, die man sich davon erhofft hat. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen von dieser ganzen Geschichte. Und zwar ist es wirklich so, jetzt rein von der Position her ist es nachteilig in der Hinsicht, dass es sehr unergonomisch ist, weil du wirklich, wenn du das so machst, wie das viele Ausbilder oder halt Trainer auch verbreitet haben oder immer noch verbreiten. Dann soll dein Rücken gerade sein und du sollst dich ganz krass in der Hüfte abknicken. Der Rücken muss gerade bleiben und jetzt schaut mal, was passiert mit dem Kopf. Dann musst du auch, damit du überhaupt noch vernünftig gucken kannst, sehr stark den Kopf heben. Du merkst es im Nacken. Das ist einfach eine Haltung. Da merkt eigentlich jeder intuitiv, der das macht, sehr unangenehm. Also wenn man jetzt normal fährt und man ist bereit für alles, was kommt, würde man jetzt so stehen und kann angepasst immer sich absenken, wie auch immer. Und das würde jetzt heißen, in dieser aktivierten Position oder so wurde es eine Zeit lang genannt, dann aktivierter Bereich, Race-Position, ist es wirklich so gesagt, die Beine bleiben gerade, du rollst so und dann musst du dir den Kopf ganz krass nach vorne gucken, weil dein Rücken soll gerade sein. Ich habe das jetzt auch nicht übertrieben vorgemacht oder parodiert oder so. Ich kann das auch gar nicht so gut, weil ich bin da ein bisschen zu verkürzt für, obwohl ich mich schon dehne. Es ist einfach eine sehr krasse Haltung, die ich nicht empfehlen würde, sowohl für den Nackenkopf als auch für den Rest der Muskulatur wenig sinnvoll und auch in der Fahrtechnik nicht sinnvoll und durch Zufälle entstanden, könnte ich ja mal ausprobieren. Gerade wenn man diese tiefgezogene Enduro-Helme hat, merkst du, der kommt direkt an den Rucksack. Das ist nicht schön. Das heißt, das ist nun mal einfach unergonomisch, ineffizient und keine natürlich angenehme Haltung. Was man dann sehen konnte von den Leuten, die gerade eine Ausbildung gemacht haben und halt diese aktivierte Position, so hieß es damals, Race-Position, das heute Menschen noch dann verbreitet und selber praktiziert haben, ist, man kriegt zu viel Druck am Lenker. Und eigentlich ist es schon international und auch in Deutschland schon immer ein absolut klares Ding, dass man sagt, am Lenker schön locker sein in den normalen Fällen, es gibt immer andere Ausnahmesituationen, Gewicht voll auf den Pedalen, 100 Prozent, dann kann das Rad sich unter dir bewegen, wenn die Wurzeln kommen und so weiter und so fort. Wenn du aber Körpergewicht auf dem Lenker hast, arbeitest du gegen die Hindernisse, also ist das nachteilig, wenn du da dauerhaft zu viel Druck am Lenker hast und das passiert hat, weil die Leute so eine krasse Haltung einnehmen. Es gibt auch viele, die quasi Fahrtechnik-Tipps geben, ich habe es auch gestern auf YouTube noch gesehen, ganz aktuell, die haben da gar keinen Begriff für, aber die haben zwei Bilder, die häufig genannt werden und zwar, man soll mit dem Kinn über dem Vorbau sein, oder dass sie sagen, man soll mit der Schultern über dem Lenker sein. Und die sagen nicht nur, man ist mal ab und zu mal so, sondern die sagen, das ist jetzt die Haltung, die man bergab haben sollte. Also Kinn immer über dem Vorbau, Schulter immer über dem Lenker. Und das sagen die allen Ernstes. Das heißt, da wird die Körperbeiktrennung gar nicht beachtet, was natürlich passieren sollte und es ist wieder diese sehr unangenehme Haltung, die man dann hat und man wird schnell Passagier, wenn man wirklich in dieser Haltung so bleibt und das als Maßstab sieht. Ein ganz wichtiger Nachteil, den man jetzt beobachtet, wenn man Fahrtechnik-Trainer ist oder wenn ihr Leute kennt, die neu anfangen, ihr wollt ein bisschen Tipps geben, um denen quasi einen Einstieg in den Sport zu erleichtern, ist folgender. Es ist sehr viel Input, was man den Leuten so mitgibt, wenn man denen so ein bisschen Fahrtechnik erklärt. Das sollte man echt auch gering halten, erst mal nutzen, lasst sie erst mal auf dem Rad stehen und gucken, was machen sie denn schon alles intuitiv richtig. Und dann ist es so, wenn man jetzt drei, vier verschiedene Punkte sagt und am besten noch irgendwelche Begriffe einführt und wenn man so ein Schwarz-Weiß formuliert nach dem Motto, dein Kind soll immer über dem Vorbau sein. Oder du musst dich immer aktivieren, wenn du was siehst. Dann merkst du auch schon, anstatt intuitiv sich quasi ans Gelände anzupassen, denken die Leute wirklich, okay, jetzt muss ich mich aktivieren. Das heißt, da läuft viel zu viel so kognitiv ab und die Leute sind auch verwirrt und können dann noch gar nicht differenzieren. Und wenn die dann einmal hören, das Kind muss immer über den Vorbau, dann fahren die wirklich so. Auch wenn du jetzt meintest, eigentlich war das nur so ein Tipp, dass es im normalen Zustand oder in manchen Zuständen irgendwie so ist. Aber nicht immer. Aber die Leute denken wirklich, es ist immer so und werden sich dann diese steife, seltsame Position angewöhnen. An alle, die meine Videos schon länger gucken, ihr wisst, ich arbeite gerne mit Bildern, weil ich aber weiß, ihr lest Vatihnik Bücher, guckt YouTube Videos, seid voll im Thema drin. Vatihnik, dann nenne ich doch mal kurz die Begriffe, damit ihr kurz wisst, wovon rede ich, weil ihr kennt die Begriffe von anderen Lehrern, anderen Trainern, Trainerinnen, Grundpositionen oder sowas. Deswegen, aber ich versuche die eigentlich zu meiden, wenn ich jetzt mit Kursteil, mit Kursteilnehmern unterwegs bin, weil es ist wieder viel zu viel, weil wir quasi ein eigenes Vokabular im Vatihnik Bereich haben und das muss man sich ja quasi noch alles merken. Deswegen arbeite ich lieber wenn dann mit Bildern und jetzt zu sagen, es gab die Grundposition und es gab die Aktivposition, dann kam aber die DIM mit aktivierter Position, Aktivierung und dann wurde daraus aktivierter Bereich. Das heißt, es ist wieder ein Wust an Begriffen, die völlig missverständlich sind, weil es klingt auch alles ziemlich gleich für einen Laien. Ihr müsst euch immer vorstellen, ein Laie kennt das ja alles gar nicht so genau. Und ja, deswegen würde ich auch von dieser Verkomplizierung einfach abraten und trotzdem sollte man differenzieren, wenn jemand sagt, bitte immer schön den Kinderbadvorbau, dass sie sagen, nee, nicht immer. Bevor du eine Stufe reinfährst, mal kurz da runtergehen und dann das Rad machen lassen und so weiter und so fort. Wenn man jemanden sieht, der immer krass hinten hängt, da kann man sagen, mal im Kinn ein bisschen mehr Richtung Vorbau, aber wirklich vermeiden, dieses muss immer so und nicht anders. Ja, ein weiterer Mythos, den man immer noch häufig hört, wie gesagt, habe ich gestern in einem YouTube-Video noch gesehen, Kinn muss übers Vorbau, Schulter muss über den Lenker, man sollte sich aktivieren, gibt es auch immer wieder und deswegen, ganz wichtig, verbreitet das, teilt das, sagt den Leuten, nee, ist das gar nicht alles so kompliziert mit tausendfach Begriffen, stellt euch aufs Rad, guckt das hier ausbalanciert steht, passt euch ins Gelände an, macht natürlich Kurse, ihr könnt euch auch gegenseitig filmen, trotzdem keep it simple und dann werdet ihr auf jeden Fall Spaß haben und sicher fahren und wir können diese ganzen mega komplizierten Dinge, die dann mal wieder aufkommen, zu den Akten legen. Danke fürs Zuschauen, ich freue mich aufs nächste Video.